So liebe Leute, jetzt klappt es zum allerersten Mal eine vietnamesische Garküche das läuft jetzt bei 2, deswegen guck ich mal wieder hin wenn da 3 bis 3 bis 4 bis 4 Nee, aber ist egal Ich wollte euch mal zeigen, was ich hier gerade jetzt esse Lecker Reis mit Wasi-Hannig Wichtig ist aber hier noch Dir Dir Eugend Export Das Ganze kommt daher Lecker, 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 kann ich nur sagen So sieht das aus Aber bin ich schon wieder und jetzt will ich einfach mal also mal bitte Schauen wir jetzt mit 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 Vielen Dank.